Ja, grüß Gott in Bayern. Es ist ja eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man in seinem eigenen Land über sein eigenes Gebiet reden kann. Unsere Familie hat mit Bayern eine sehr enge Beziehung. Wir haben 738 Jahre regiert, damit dieses Land. Wissen Sie, das ist... Ich bin einmal in Arabien bei einem Kongress gefragt worden, bei Familienunternehmen. Es wurde gefragt, wie viel die Generationen machen Sie ein Unternehmen. Dann habe ich gesagt, naja, so 27, 28. Dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie? Ich habe gesagt, we run the country. Nicht mehr ganz, aber war im Prinzip das Problem, wie schafft man, dass man einen Übergang von einer Generation in die nächste hinbringt. Und das ist bei uns immer ganz gut geglückt, mit umfangreichen Verträgen seit dem 13. Jahrhundert. Wer eine Linie ausstirbt, kriegt es die andere und bleibt alles zusammen. Und das ist dann nach 500 Jahren wieder passiert. Dann war die Pfalz und Bayern wieder zusammen. Und so haben wir uns halten können, weil wir relativ früh uns da gute Strukturen gemacht haben. Bayern als Land ist etwas gelungen, was die anderen deutschen Bundesländer nicht haben. Wir sind Ethno. Sie können hingehen rund um die Welt. Wenn man über Deutschland redet, dann redet man über Neuschwanstein, Lederhosen und Bier. Und wir sind ein Ethno-Begriff und der ist positiv besetzt. Also Bayern hat es geschafft, sozusagen, die guten Goodwill Deutschlands auf sich zu vereinen. Und wenn sie aus Bayern kommen, haben sie nie ein Problem. Manchmal haben die Leute so das Gefühl, dass irgendwo bei Transsilvanien ganz verorten können, das nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall positiv. Und es hat Bier und schöne Schlösser und schöne Landschaften. Was wir auch haben in diesem Land, und das ist, glaube ich, eines der ganz großen kulturellen Ergebnisse, wir haben es geschafft, dieses Land. Wir hatten ja keine Rohstoffe. Wir mussten Landwirtschaft betreiben, wir mussten Forstwirtschaft betreiben, wir hatten kein Eisen, nichts. Also mussten wir arbeiten. Und wir haben es geschafft, dieses Land trotz dieser Arbeit über 1000 Jahre kulturell zu enthalten. Wenn Sie rausschauen, die Landschaften sind immer noch intakt. Die Wälder sind schön, die Felder sind nicht überausgebeutet, weil man sie eben auch wieder gedüngt hat und weil man Büsche stehen gelassen hat. Und wir haben keine solchen Agro-Brachen, wie es zum Teil in Norddeutschland der Fall ist. Hier kann man noch rausgehen und sich freuen und schöne Landschaften genießen. Wir haben kulturell einiges hinterlassen. Andere Länder haben Krieg geführt. In Bayern haben wir Schlösser und Kirchen gebaut. Und das hilft, weil in Ländern, wo es schön ist, gehen Arbeitskräfte gerne hin. Und wenn Sie sich aussuchen können, wo Sie in Deutschland arbeiten wollen, ich glaube, Bayern ist da immer ziemlich vorne dran. Das hilft. Ich wohne in einem kleinen Schloss und das ist also eine Bierburg. Da drin wird auch ziemlich viel Bier gemacht. Nicht ganz so viel. Ich habe noch ein paar Brauereien außen. Und als kleine bayerische Brauerei hat man ja das Problem, ja, mein Gott, ich kann nicht alle Unternehmen in der Welt kaufen. Will ich auch gar nicht, weil es ist viel zu mühsam. Aber wir haben den Ruf für gutes Bier. Ohne Bier kein Bayern. Ohne Bayern kein Bier. Warum? Unsere Familie hat vor 500 Jahren das Reinheitsgebot gemacht. Und in Folge davon hatten wir praktisch das Verbot, Bier aus Weizen zu machen. Das dürfte nur aus Glastenmalz sein. Mit dem Reinheitsgebot hatte man also da erst einmal dafür gesorgt, dass die Leute in Bayern alle gesund waren, weil das war etwa 50% der Lebensmittelausgabe. Aber es gab noch ein Altrecht. Und das hat der damalige Landesherrscher gekauft. Und hat dann, weil er im Prinzip Staatspleite hatte, mit 18 Jahren, Kurfürst Maximilian, und hat damit angefangen, in dieser einen Brauerei Weißbier zu brauen. Das hat er dann multipliziert. Und am Ende seiner Regierungszeit war erstens Bayern entschuldet. Zweitens hat er 22 Brauereien gehabt, die Weißbier gemacht haben, die er zentral gesteuert hat. Das war einer der frühesten Fälle von erfolgreichen Merkantilismus. Und hat damit eine Kasse angelegt, die er selbst verwalten konnte, zum Erhalt des katholischen Glaubens in Bayern und zum Erhalt der Regierung des Hauses Wittelsbach. Und damit hat er den 30-jährigen Krieg finanziert für die Österreicher, die als Hypothek dafür die Oberpfalz hergeben mussten, nicht auslösen konnten. Und damit wurde Bayern dramatisch größer und konnte sich als Land bis heute halten. Sonst wäre das nie gelungen, weil dadurch haben wir Eisen bekommen und andere schöne Sachen. Und man kann also wirklich sagen, die bayerischen Biertrinker haben sich das Land ertrunken. Und das ist, glaube ich, viel wert. Mit dieser Idee bin ich auf den Markt gegangen und ich habe geschaut, wo gibt es in der Welt schöne Brauereien, die nicht wissen, wie man gutes Bier macht und es auch nicht gut vermarkten. Wir produzieren inzwischen, ja, jetzt im Zettel stehen 13, also wir werden heuer am Jahresende bei 16, 17 Ländern sein, in denen wir Lizenzproduktion haben. Das geht in Indonesien los. Sie haben Indonesien vorher gezeigt. Wir sind überall, wo es lustig ist, so wie Weißrussland oder Russland, Ukraine, Indien, Mongolei, also da, wo Sie gar kein Bier finden, wenn Sie Kaltenberg finden oder König Ludwig, dann sind Sie gut aufgehoben. Neben dem kümmere ich mich für die Familie um Marken. Warum das? Weil Marken sind freiwillig. Und es gibt viele Leute, die sich den Goodwill unserer Familie und Content, ist in der heutigen Zeit ganz wichtig, in der digitalisierten Welt wollen die Leute Echtes. und wir haben echten Hintergrund mit Jahrhunderten Erfahrung und mit Jahrhunderten erprobter Qualität. Und dieses Echte, was wir haben, können wir natürlich farmen und wirklich auch pflegen. Jetzt kommt aber das Problem, dass andere Leute sagen, wunderbar, vor allem die Tourismus- und die Souvenirindustrie, und die sagen, na ja, Schlösser oder Könige ist freiwillig, kann jeder haben. Zack, und dann wird es auf einen Biergrub gepappt oder auf ein Produkt drauf und dann ist ein Bayernbild, das wirklich einer Sau graust. Wenn Sie mal schauen, wie die Leute von der Wiesn heimgehen, dann haben Sie ein berätes Beispiel, also Bierfass mit Zapfhahn vorne raus, das ist das Souvenir von Bayern, so stellen wir uns dar. Deswegen habe ich also sensible Bereiche der Familie unter Tretmarkschutz gemacht, das ziemlich weltweit, und kann es damit steuern, was damit gemacht wird. Damit haben wir wieder Produkte gemacht mit allen möglichen Unternehmen. Neben Bier sind wir heute zum Beispiel das meistverkaufte Markenbrot in Deutschland. Etwa 4000 Bäckereien machen König Ludwig Brot und vieles andere. Nymphenburg. Vor ein paar Jahren hat sich die Gelegenheit gegeben, dieses wunderschöne kleine Unternehmen zu übernehmen. Jetzt ist es so, bei Porzellan haben ja alle gesagt, Hände über den Kopf zusammenschlagen kann nicht gehen. Ich meine, das kann sehr gut gehen, weil Nymphenburg ist die letzte Manufaktur, in der alles im Haus gemacht wird. Der Rohstoff aus drei Steinsorten, der wird dort über zwei, drei Tage gemahlen mit Wasserkraft. Wir machen unseren Rohstoff selbst. Ein Porzellanstaubkorn ist 70 µ. Also so feine Porzellanmasse hat sonst niemand. Das wird zwei Jahre gelagert. Wir machen 15.000 verschiedene Farboxhüde im Haus. Wir stellen alle Teller auf der Drehscheibe her. Wir können damit bis zu einem Millimeter dünnen. Das können alle anderen nicht, wenn sie in der Hochdruckpresse in Berlin oder in Sachsen arbeiten. Wir brauchen keine Deviation in andere Produkte. Wir brauchen keine Nymphenburg-Möbel oder Bettwäsche, sondern wir machen Bettwäsche unter König Ludwig, weil ich die damit absichere, dass es nicht gestohlen wird, der Name. Aber bei Nymphenburg, das ist eine Reihenmanufaktur und das bleibt sie auch. Wir machen da keine Kompromisse in irgendeiner Weise. Und ich glaube, in einer Zeit, wo alle den fünften Rollstuhl im Auto haben oder drei Porsches und dann noch ein SUV und noch ein Oldtimer, dann kommt irgendwann der Gast auch nach Hause. Und dann kommt das Geschirr von Aldi und das ist peinlich. Also Nymphenburg hat kein Problem, weil wir malen alles freihand. Und wenn Sie jetzt sagen, ich will meine Oldtimer mal auf dem Perzellanservice oder meine Lieblingstiere oder Landschaften oder auch nur mein Logo, mein Name, meine Initialen, dann machen wir das. Und das hat bei Nymphenburg dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren plötzlich wieder schöne, große Aufträge kriegen von Privatleuten, die sagen, ich will mein Geschirr und zwar nicht das Blümchengeschirr meiner Großmutter, sondern etwas von einem der besten Designer der heutigen Zeit. Wir haben einige dieser beschäftigt und machen damit tolle Produkte. Das kann ich nur sagen, wenn Sie wirklich mal was haben wollen, was die anderen nicht haben, bei uns gibt es Sachen, die eben kein anderer kriegt. Die kriegt es dann nur für Sie. Und das hat Erfolg. Wir glauben, dass wir Nymphenburg damit ausgerettet haben als Kulturgut. Und ein Kulturgut zu erhalten, das 270 Jahre in Bayern produziert wurde. Porzellan war ja der erste Industriediebstahl. Wir haben das Know-how von Chinesen geklaut vor 270 Jahren. Sowas muss erhalten werden, schon um zu zeigen, dass Europa auch was sehr gut nachmachen kann und verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.